Fight Night Champion Spielehersteller Electronic Arts bringt seine Fight Night Reihe jetzt auch auf das iPhone. Die App bietet einen Schnellspielmodus, eine Karriere und eine Mehrspieler-Variante. Die Boxkämpfe selbst sind gut umgesetzt. Hier boxt man mit einer Vier-Zonen-Steuerung des Touchscreens. Zusätzlich nutzt das Spiel die Neigungssensoren, mit denen man die Spielfigur bewegt. Durch die simpel angelegte Steuerung muss man sich einige Kombinationen und Gesten merken, wenn man das volle Repertoire abrufen will. Es gibt einfache Jabs, Schwinger, harte Schwinger, Hakenschläge und das jeweils hoch oder tief, mit rechts oder links. Dazu kommen die Deckungsarbeit und das Ausweichen. Allerdings ist die Steuerung nicht immer zuverlässig und direkt. So ist Fight Night Champion eine gut umgesetzte Box-Simulation mit prima Grafik und anspruchsvollen Kämpfen. Im Detail fehlt aber die letzte Präzision, um das Spiel zu einem echten Hit zu machen.